So meine Freunde der gepflegten Unterhaltung, es ist schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Die Elder Scrolls Online. Ja, wir sind immer noch hier auf der Suche nach dem Ursprung der Lodos-Seuche in Deschan. Und während er da am Kämpfen ist, der andere Spieler, werde ich mich mal vom Acker machen. Ich habe ja hier alles erreicht. Es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben, genauso wie ich Spaß haben werde, oh, eine Konflue, genauso wie ich Spaß haben werde, dieses Spiel noch ein wenig zu zocken. Und ja, denkt dran, Freunde, wenn euch die Folge gefällt, Support ist kein Mord. Es kostet euch keinen Cent, ein Abo dazulassen. Ihr könnt uns nicht alle hier drin festhalten. Oder die Erinnerungsglocke zu aktivieren, so erfahrt ihr immer, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ebenso liken und kommentieren ist nicht sonderlich schwierig. Ansonsten viel Spaß beim Ansehen. So, ihr seid zurück. Wir müssen uns unterhalten. Wer bist du denn? Rhalden ist nicht hier. Er und Giron sind schon eine Weile weg. Und Girons Verbindung zu den Leitgeborenen lässt mich etwas nachdenklich werden. Und vorher wisst ihr das? Haben wir vielleicht eine gemeinsame Bekannte? Sagen wir einfach, ich bin gut informiert. Haben wir. Ich hatte schon länger die Vermutung, dass es da eine Verbindung gibt. Die Entführung des Ratsherrn hat mich darin nur bestätigt. Mein Partner und ich vermeiden lieber alle Situationen, die nicht durch unsere Aufträge abgedeckt sind. Trotzdem könnten wir einander vielleicht unterstützen. Das können wir. Wo ist denn Giron? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was die Berichte mir sagen. Giron hat Rhalden wahrscheinlich an einen abgelegenen Ort fern von allen neugierigen Blicken gebracht. Alles klar. Narsis ist abgeriegelt. Dorfbewohner sind verschwunden. Mitten in der Nacht kommen Kisten mit der Lodos-Seuche an. Und jetzt findet ihr auch noch heraus, dass die Seuche sich verschlimmert, wenn sie in einer Leiche gären kann. Da wundert man sich schon über Girons Plan. Oder nicht? In der Tat. Aber habt ihr eine Vorstellung, wie ich Giron und Rhalden finden kann? Das ist der wichtige Aspekt dieser Frage. Laut Berichten hat sich eine Gruppe von Dorfbewohnern entschieden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Ich unterstütze ihr Vorgehen nicht, aber sie könnten Informationen haben. Findet die Argonierin namens Schlüpft durch Finger. Sie kann euch zu ihnen führen. Okay, vielleicht war es Schlüpft durch Finger ja ein bisschen mehr. Sie ist ja die Eischwester von Leckt gerne Sand. Also den kenne ich. Warum sollte sie mir denn helfen? Ich habe das Gefühl, dass sie eure Hilfe wollen wird. Geschichten über eure Abenteuer haben sich in ganz Narses verbreitet. Findet die Argonierin und ich wette, sie bittet euch, ihre Gefährten zu treffen, bevor ihr auch nur ein Wort sagen könnt. Okay, ich werde Schlüpft durch Finger finden. Ja, die Argonier sind ein seltsames Völkchen, haben sehr interessante Namen. Da ist ja auch schon, die Schlüpft durch Finger. Warum lasse ich bloß immer alles fallen, wenn ich mich beeilen muss? Das weiß ich nicht. Vielleicht weil du ein Tollpatsch bist, meine Liebe? Sprecht leise und tut so, als würdet ihr mir helfen. Ich kann es nicht erklären. Nicht hier. Aber ich weiß, dass ihr versucht habt, die Vermissten für das Haus Hlalu zu finden. Ihr wisst, wer ich bin? Ja, selbstverständlich weiß sie das. Ich bin eine bekannte Abenteurerin. Hallo. Ihr wisst, wer ich bin? Stellt keine Fragen. Hört einfach nur zu. Wir wissen, wo unsere Leute und Ratsheralden gefangen gehalten werden. Folgt den Hinweisen im Bündel. Wir sehen uns am Treffpunkt wieder. Aber wir müssen doch uns besprechen. Nicht hier. Schaut im Bündel nach. Okay, das fällt jetzt gar nicht auf, wenn ich jetzt in dein Bündel reingucke. Wir wissen, wo sich die vermissten Bewohner befinden. Aber wir brauchen eure Hilfe. Wegen der Ausgangssperre kann niemand Nasis verlassen. Außer euch, versteht sich. Ja, wir wissen Bescheid über die besonderen Befugnisse, die euch der Ratsheral zuteil werden ließ. Wir würden gerne mit euch sprechen. Aber habt bitte Verständnis dafür, dass wir unseren Aufenthaltsort geheim halten müssen. Wir dürfen die Hauswache nicht durch eine Wegbeschreibung auf unsere Spur locken. Stattdessen geben wir euch dies. Seht nicht zum Himmel, folgt dem Stern. Sie liefert den Schlüssel, sie wird euch den Weg weisen. Folgt dieser Beschreibung und wir werden uns bald sprechen. Seht nicht zum Himmel, folgt dem Stern. Liefert den Schlüssel, sie wird euch den Weg weisen. Okay, Stern. Sucht nach einem Stern. Okay, Sternchen. Der Stern ist eine Katze, Sternchen. Bei einem genaueren Blick bemerkt ihr einen kleinen Silberschlüssel am Hals des Tieres. Sie scheint für eine Stadtkanze gut ausgebildet zu sein. Na, den Schlüssel nehmen. Die Katze scheint sprungbereit zu sein. Sie schaut euch an, als ob sie darauf besteht, dass ihr ihr folgen sollt. Habt ihr vom Lager gehört? Es gibt kein Heilmittel. Ich wusste es. Die Leitgeborenen sind dieser Tage genauso gefährlich wie das Bündnis. Bin ich schon so verrückt, ich folge einer Katze. Unglaublich. Auch wenn sie knuffig ist. So, Sternchen, komm. Bin wir bald da? Ja, tatsächlich. Das hast du gut gemacht, Straßentiger. Dankeschön. Tee, das Haus. Das Haus Lalo möchte uns Glauben machen. Unsere Freunde und Angehörigen hätten Narces verlassen, ohne auch nur ein Wort davon zu sagen. Aber wir haben Beweise dafür, dass sie entführt wurden. Und was machen die Lalo? Nichts. Sie regeln Narces ab und lassen es nicht zu, dass wir die Dinge selbst in die Hand nehmen. Schluss mit der Warterei. Wir werden sie selbst retten. Wir bringen die entführten Dorfbewohner nach Hause. Ihr habt uns gefunden. Entschuldigt meine vorherige Schroffheit. Ihr habt also Beweise dafür, dass unsere Leute entführt wurden? Was ist hier los? Wir sind es leid, darauf zu warten, dass das Haus Lalo handelt. Wir wissen, wo unsere Leute gefangen gehalten werden. Aber wegen der Abregelung kommen wir nicht zu ihnen. Das erinnert mich irgendwie an unsere aktuelle Situation, die wir hierher haben. Ihr wisst also, wo die verschwundenen Dorfbewohner sind. Ich wurde Zeugin, wie die Leitgeborenen meine Eischwester entführt haben. Ich habe gesehen, wo sie sie hinbrachten. Und ich habe Ratsheralden und Berater Giron an den gleichen Ort gehen sehen. Ihr müsst uns helfen. Okay, und was soll ich eurer Meinung nach tun? Ich bezweifle, dass die Wachen euch aufhalten werden. Ihr könnt kommen und gehen, wie ihr wollt. Sprecht mit Madras. Lasst ihn euch unseren Plan erzählen. Ihr müsst uns helfen. Ich brauche meine Eischwester zurück. Ja, das ist ja kein Problem, dass du deine Eischwester wieder zurückbekommst. So, Madras. Ihr müsst diejenige sein, von der uns Schlüpft erzählt hat. Sie meint, eine Außenseiterin wäre angeheuert worden, um unsere Leute zu finden. Das ist eine merkwürdige Aufgabe für eine Außenseiterin. Selbst wenn es um Hlalo-Gold geht. Was habt ihr wirklich vor? Ah, da ist aber einer misstrauisch. Ich versuche zu helfen. Ratsherr Halden ist auch verschwunden. Wusstet ihr das? So ist das also. Ein paar wichtige Hlalo verschwinden und plötzlich entscheiden sie sich zum Handeln. Ich schere mich in Dreck um Ratsherr Halden. Ich will nur unsere Leute zurück. Ja, und er kümmert sich in Scheißdreck um dich, aber was habt ihr denn vor? Handeln. Wir besorgen uns Waffen, pfeifen auf die Abriegelung und retten unsere Leute. Wenn irgendwer versucht, uns aufzuhalten, dann mähen wir ihn nieder. Werdet ihr uns helfen oder nicht? Hm, ich weiß, ihr meint es gut, aber die Wachen anzugreifen ist äußerst dumm. Ich will nicht gegen sie kämpfen. Sie haben ihre Befehle, aber sie vergeuden nur Zeit. Jede Sekunde, die verstreicht, ist eine Sekunde, in der unsere Leute weiter in Gefahr schweben. Manchmal muss man zu drastischen Maßnahmen greifen, um jene zu retten, um die man sich sorgt. Stimme ich dir zu, aber manchmal ist es auch schlauer, einfach mal die Füße stillzuhalten. Wenn ich euch helfe, könnte ich die Unterstützung des Hauses Salalu verlieren. Ich weiß, es ist keine leichte Entscheidung, insbesondere für jemanden, der mit dieser Sache eigentlich nichts zu tun hat. Aber ich muss wissen, ob ihr uns helfen werdet. Wir könnten jemanden mit euren Fähigkeiten gut gebrauchen. Entweder ich werde euch helfen, das ist jetzt eine festlegende Entscheidung, oder Bauern, die sich den Leitgeborenen stellen, das ist Selbstmord. Ihr werdet alle sterben, lasst mich die Sache übernehmen. Wir werden unsere Familien retten oder bei dem Versuch sterben. Ich traue euch nicht, Außenseiterin. Wir kümmern uns schon selbst darum. Lasst uns in Ruhe. Lauft zurück zu euren Herren vom Haus und kommt uns ja nicht in die Quere. Das war eine dumme Entscheidung, mein Freund gewesen. Das war eine sehr, sehr dumme Entscheidung, aber okay. Okay, man kann die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Das ist genau das Gleiche, wenn ich sehe, das habe ich heute noch in den Nachrichten gelesen, wie ein ganzes Haus jetzt unter Quarantäne gestellt wird. Also ein Großhaus, wo 460 Familien leben. Muss man sich mal vorstellen, 460 Familien. Und von diesen 460 Familien haben zwei, die unter Quarantäne standen, dass die Quarantänepflicht verletzt und sind rausgegangen zu ihren Nachbarn und haben sich mit ihnen unterhalten, ganz normal. Und weil das jetzt rausgekommen ist, muss jetzt das gesamte Haus, inklusive alle 460 Familien, in Quarantäne gesetzt werden. Das ist doch unsinnig, wegen Dummheit von zwei Familien. Feldwebel, was hast du mir denn zu erzählen? Wie seid ihr da hereingekommen? Madras lässt nicht einfach jeden zu seinen Geheim treffen. Augenblick. Ihr seid doch die Außenseiterin, die für Razzialden arbeitet. Bitte sagt mir, ihr habt euch nicht auf Madras Torheit eingelassen. Nein, nicht wirklich. Ihr kennt Madras? Ich habe Informationen an ihn weitergegeben. Meine Mutter ist auch verschwunden, aber ich habe meine Befehle. Also hatte ich die Hoffnung, dass Madras und seine Leute auf Hinweise stoßen würden, mit denen ich zu meinen Vorgesetzten gehen kann. Okay, sie haben herausgefunden, wo genau die vermissten Dorfbovona gefangen gehalten werden. Aber Madras will mir nicht verraten, wo. Was? Madras wird diese Leute in den Tod führen? Sie sind Bauern und Viehzüchter, keine Soldaten. Ich darf das nicht zulassen. Da stimme ich dir vollkommen zu, meine Hübsche. Aber erst mal das Geld. Ihr müsst die vermissten Dorfbewohner finden und sie in Sicherheit bringen, bevor Madras diese Gruppe in den Untergang führt. Ich werde herausfinden, wo sie Madras Meinung nach sind. Doch erst müsst ihr mir dabei helfen, gegen Madras vorzugehen. Okay, was soll ich tun? Erzeugt eine Ablenkung. Irgendetwas, das sie aufhält und uns genug Zeit gibt, um unsere vermissten Leute zu finden. Derzeit sind alle wegen der Lodos-Seuche etwas angespannt. Das könnten wir ausnutzen. Wisst ihr, was die Leute für den Auslöser der Seuche halten? Ratten. Und das ist deswegen wichtig? Seht ihr die Ratten, die durch das Dorf laufen? Harmlos. Aber die Leute haben Angst vor ihnen. Nehmt diesen Beutel. Schnappt euch so viele Ratten wie möglich. Bringt sie hierher zurück und lasst sie an der Tür frei. Das sollte Madras Gruppe für eine Weile auseinander treiben. Ich würde sagen, das klingt nach einem Plan. Ihr helft mir dabei, dieses Treffen zu stören und das Leben dieser Leute zu retten. Und ich finde dafür heraus, was Madras weiß. Fangt diese Ratten und bringt sie mir. Wir haben keine Zeit zu vergeuden. Ja, habt ihr einen Ratschlag für mich? Die kleinen Viecher sind schnell. Wenn man ihnen zu nahe kommt, laufen sie vor allem davon. Um sie zu schnappen, muss man am Anfang einen größtmöglichen Abstand halten. So kann man es. Okay, danke schön. Da habe ich jetzt ein bisschen schnell weggeklickt. So. Ich habe gehört, ihr wart dabei, als Molag-Gründer besiegt wurde. Gut gemacht. Seht ihr mal, es ist gar nicht mal so schwierig, Ratten zu fangen. So, bringt die Ratten zur Türe. Dann sind wir gespannt auf das Gekreiche. Tasche voller Ratten benutzen. Wie, wie? Was ist das für ein Geräusch? Ratten! Die haben die Seuche! Lauft! Macht die Fenster auf! Aus dem Weg! Lasst euch nicht von ihnen beißen! Ja. Sieht aus, als ob die Ratten eingezogen sind. Ich weiß, eure Hilfe zu schätzen. Warum schickt ihr denn keine Wachen los, um ihn aufzuhalten? Diese Leute wollen nur ihre Freunde und ihre Familien wiedersehen. Aber ich möchte nicht, dass ihnen etwas zustößt. Die Wachen zu rufen, würde die Lage nur verschlimmern. Okay, habt ihr herausgefunden, wo die vermissten Leute sind? Ich erhielt die Informationen durch meinen Kontakt in der Gruppe. Meldet euch wieder beim siebten Haus. Wir treffen uns dort. Ich werde den Schlüssel holen, den ihr braucht, und bewahrt Stillschweigen darüber, ja? Klar. Von einem Feldwebel zum anderen Feldwebel mache ich das doch glatt. So. Die Feldwebel müssen ja geschließlich zusammenhalten. Aber wenn ich manchmal den Gegenteil liegen, Eindruck habe. So. Aber bevor wir weitermachen, Freunde, würde ich an dieser Stelle einen kurzen Cut setzen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr bei der nächsten wieder mit dabei sein werdet. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht es gut. Ciao, ciao.